Und willkommen zu dem kleinen Vorspann von dem Funny Moments Video, wie ihr es hier im Titel ja schon sehen könnt. Ja, ein Funny Moments Video, was ich mit ein paar Kollegen spiele. Hallo Yannick! Hi! Was geht ab? Der ist natürlich auch dabei und noch ein paar andere zwei. Ich habe noch ein paar andere zwei. Wir machen so ein paar kleine Private Battles in MV2 und ich habe gedacht, ich schneide das zusammen und mache so ein kleines Funny Moments draus. Ja, ich wollte einfach mal gucken, wie das bei euch so ankommt, weil ich fand es mega, mega lustig, oder? War doch geil. War richtig geil, ohne Spaß. Lass mich jetzt ernst, Alter, ich komme nicht mehr klar auf die Sache. Ich konnte nur noch lachen. Das war richtig lustig. Also wir haben ein bisschen mehr aufgenommen, aber ihr werdet jetzt nur die eine Folge sehen erstmal. Wenn es euch gefallen sollte, schreibt es in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben als Zeichen, dass ich weiter uploaden soll. Und ja, eventuell wird später auch mal ein paar Treu-Videos kommen, auch vielleicht in Battlefield 3 umgestiegen werden, bla bla bla. Keine Ahnung, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß oder wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Bis dann! Bis dann! Sauber, ey! Ab jetzt! Ab jetzt! Ab jetzt! Ab jetzt! Ab jetzt! Ab jetzt! Wir finden die Augen! Ich glaube, das war klar, Appa! Boah, ich stink wie Biba! Ja! Ich falle nicht schon rum! Wie kann ich denn das? Ich meine selber nicht! Ich glaube, das war pures Glück. Der Piffi, der der Clay, wollen wir uns aber schönen da. Das ist nicht immer meine. Dann kommt damit schon eine Hurenspass hier um die Ecke. Kann der sich mal verpissen, dieser Scheiß Pro Box, Alter. Verpisst du dich! Wo steht denn das Pro Box, Alter? Puppel-Ochse oder was? Ja, das war aber echt aus der Nase herausgezogen. Hahahaha! Du Huenso! Huen! Huen! Da ist der Raze! Hi! Wir nehmen grad auf, aber hey! Du Huen! Ach du nimmst auf? Oh, sorry! Das sieht sehr erotisch aus. Lass uns vielleicht schon still auf die Art. Alter, witziger! Dramat! Er hat dann auch so ein wenigstensproblem und guckt auch den Super-Generatorier! Und nicht weiter! Der war geflasht, der Spasti, ne? Nein, niuuu. Oma ist n' Spasti. Jaaa! Dann hätt ich Mumma sagen! Nix am Pösen. Oleg, komm mal! In der Sophie Chaos! Alter, gehst du mir schön raus oder ich töte dich! wir sind ja nicht bei der sie nein nur die a12 aber ausgepackt nein du opfer ich wollte gerade nachladen der mutter ist auch ein opfer alter geh dich doch vergraben ich hab keine schaubes sorry du bist doch ein spaden boah fick dich ich war gerade an meiner nasen kratzen nasen kratzen da kämpft wer ich wollte ich nicht da kämpft wer ich hasse den mit mir wieder ein orgasmus kriegt ach 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 deinem falsicher vorrät voll krass deutsch bisschen spaß dir ich war gold nicht eigentlich ist nur ein geschütz leute oh der hat voll gesessen nein nein du 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 du